Musik Tenner, Sie sind jetzt drei Jahre in meiner Abteilung und immer noch der beste Fahrer. Ex-Rennfahrer haben wir eben nicht so viele. Wir hören von kriminellen Aktivitäten in Miami. Sie suchen nach einem Kerl, der richtig Gas geben kann. Große Geschichte. Fetter Job, viel Geld, vielleicht sogar ein Mord. Ein Gangster namens Rufus Hector drin. Wir brauchen Informationen darüber. Kaffee? Schwarz, richtig? Oben hat man an Sie gedacht. Wir brauchen Sie als verdeckten Ermittler. Nur wir beide wissen davon. Wenn ich jemand anderen einweihe, sag ich Ihnen Bescheid. Ich brauche Ihre Marke. Irgendwelche Fragen? Du bist wunderschön! Das ist dann! Okay, okay, okay! Hey, Mann, da ist doch der Jack auf! Scheiße, ich robe dich vielleicht mal an, wenn ich zum Gemüsehöcker will! Oh! 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 Hey Mann, was auf den Lack raus? Okay, okay, okay! Hey, du bist unser Mann! So einen wie dich können wir gut gebrauchen. Vielen Dank.